Jo, mein Lieben, zu Show 1 und mit der Luna und heute kommt es wieder auf Minecraft Ender Games, Leute. Und wir versuchen direkt, gute Stuff aus den Kisten zu bekommen. Natürlich schaffe ich es nicht. Wir rennen direkt runter, Leute. Wir spielen wieder mit dem Zielsucher, weil ich eigentlich gar kein anderes Kill habe. Und das war es jetzt wieder komplett. Und deswegen packen wir uns einfach mal die Sachen. Zack, 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 Leute. Wir dürfen gar nicht hier irgendwie großartig schnell rummachen. Deswegen, ähm, hier ist direkt ein Berg, ein Berg, ein Berg. Das ist ultra schlecht, Leute. Und heute, Leute, das Video wird einfach mal in 16 zu 9 Format endlich sein. Das heißt, dass diese dummen schwarzen Ränder an der Seite endlich wechseln, Leute. Ich hoffe, das Video sieht dann trotzdem noch gut aus. Und, keine Ahnung, vielleicht sieht es da nicht gut aus. Aber ich vertraue darauf, dass es gut aussieht. Wenn nicht, ist halt so, dann müsst ihr euch halt gedulden, bis ich einen neuen Bildschirm habe. So von dem her, jetzt suche wir uns mal ein paar neue Gegenstände. Gegenstände, denn ich finde im Moment nix, 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 nix. Da ist ein Gegenstand, bam. So, ja, das war es wieder komplett. Oh mein Gott, Aua. Leute, es kann sein, dass euch immer meine Videos ein bisschen verwahrlos zusammengeschnitten werden. Es liegt aber daran, dass ich einfach immer durchrede, Leute. Ich rede immer komplett, komplett rede ich durch. In, ähm, zum Beispiel in Skywars, Endergames oder sonstiges. Es kommt nie vor. Wow. Oh, Alter, Leute. Oh mein Gott. Es kommt nie vor, dass ich mein Video aufnehme und da nicht durchgehend rede. Ich rede immer durch. Ich weiß nicht, woher ich das habe. Äh, ich bin normalerweise nicht so der Typ, der richtig fett viel redet oder sonstiges. Aber ich rede immer durch. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist einfach so eine Angewohnheit, die ich mir im Verlauf meiner YouTube-Laufbahn einfach mal zugelegt habe. Nicht, weil ich irgendwie, ich bin nicht so der Typ, der irgendwie krass gerne redet oder so. Oder krass viel redet, ich weiß nicht. Also zumindestens habe ich immer das Gefühl, dass ich nicht so ein Typ bin und hinter mir ist einer, gell. Ah, vielleicht könnte ich ihm jetzt den Überraschungsmoment geben. Ja, das war es dann wieder komplett. Oh mein Gott, Leute. Ich habe ungeschlagen 10 Minuten gewartet, bis ich überhaupt in diese verdammte Runde reingekommen bin. Es hat, Alter, oh mein Gott. Ach, alter Zweifel-Gesprofi. Es hat so krass lange gedauert. Ich dachte mir, NRG ist ja einer der richtig beliebten Spielmodusaufkommen, aber... Alter, da ist gar nichts mehr los. Einen Speedblock kann ich nicht nehmen. Ich bin Zielsucher, ich weiß. Das müsste mir nicht überhaupt vor die Nase reiben. So. Zack, 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 zack. Bam. So. So, bumm. So, ein Wahnsinn. Ach, Gott, Leute. Oh mein Gott. So, ob er mich jetzt einfach umgebracht hat. Der war 35 Blöcke von mir entfernt. Wie kann das sein, Leute? Aber nichtsdestotrotz würde ich einfach mal sagen, das soll es vom Video gewesen sein. Wie gesagt, Leute, wir starten eine Kampagne. Alle Vollspam mit Hashtag NRGames erleben. Oh mein Gott, Alter. Ist lag gerade komplett bei mir. Ja, moin. Okay, Leute, wie auch immer. Es sollte, wie gesagt, alle Vollspam mit NRGames. Du lebst weiter. Und dann würde ich einfach mal sagen, haut rein. Mach's gut. Und... Auf Wiedersehen.